Ja, und da sind wir wieder. Halt doch mal die Fräse. Hey, ich hab's gar nicht gesagt. Wollte Bild dazu. Also ich wollte ja letztens auf eine Ü30 Party, aber zwei Zentimeter zu kurz. Ja, so ist das. Warum nimmst du sowas denn nicht auf? Ja, hab ich doch gerade. Ausnahmsweise machst du mal was richtig. Ja, ab und zu mach ich auch mal was richtig. Wie das Zitone, Alter? Ja. Daftmatsche. Erstmal Granatenspam. Ja, du hackst doch. Er engt mich schon durch die Wand. Alter, wo wo denn, bitteschön? Alter, läuft doch. Ähm, Dröhnchen ist draußen. Das Nervige ist, dass die Effekte, wenn du das freigeschaltet hast, dass die übelst laut sind, ne? Oh, da schlägt der da auf den Boden, Alter. Wie so ne Muschi, Junge. Wie, das war's mit der Führung? Ich hab gedacht, ich krieg mehr für mein Geld. Ich hab's doch nicht, bis die hier sterben, ne? Das war's mit der Führung! Äh, wer, wer blockt mich denn hier? Alle schwul? Was, Akimbo-Noob? Ja, kann ich. Kann ich. Pack ich aus. Wo sind sie? Ich will auch ne Runde, Akimbo-Noob. Wir sind in Führung. Da, ich hab ihn gesehen. Oh, fuck. Wie ist denn Messer in hier? Ähm. Ich hab's auf E. Ich hab's auf einer Maustaste drauf. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Kämmt er da wie so ne Muschi, Alter. Ich hab schon meine dritte Aufklärungsdrohne rausgehauen, jetzt. Unserer Aufklärungsdrohne ist online. Ich schaff halt noch die Quadro-UAV. Ey, wie er wusste, ist er mir nicht hier. Ach, ne, okay. Okay, alles gut. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Käpt'n Schimmel. Da hab ich schon erzählt, Quadro-UAV ist durch. König der Drohnen heute, ey. Och, Berserker, Alter. Nur am rumkippen, der Junge. Wie er einfach von der Händen trifft, aber ich auch. Wahnsinn. Ey, hier ist der D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Oder auch der Major. Ja, ich hab'n Huhn gekillt. Ich bin so böse. Und auf mich wird geschossen. Ey, dieser Kusche. Alter. Alter. Wenn ich schießen will kurz davor, zieht er hoch, ne? Obwohl ich keinen Schuss abgegeben hab. Da ist das so uncool, ja. Da machst du mit... Alter. Ne... Alter, wie heißt der Neger-Olver? Der heißt wirklich so, sorry. Das sollte bestimmt Neger-Lover heißen, oder? Boah, hier hinter der Kiste. Gespastet einer. Hehehe. Matyrium, mein Freund. Den Sniper hab ich da hinten. Nice one. Neuer Aufklärungsdrohne ist online. Ey, neuer Inhalter, mit einem Flirr-Visier. Sperrfeuer! Und bin tot. Ich mach's hier wie im Krieg. Sperrfeuer, immer gewinem. Ist nicht unsere Runde, glaub ich, wa? Hab ich denn? Neun zu elf, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, die fünfte Drohne heute? O-Web incoming. Ja, hau raus. O-Web UAV. Ja. Mother of all UAVs, ne? Mother of all Booms. Da schimmelt einer. Mit Flirr. Ey, wieso kann ich den nicht killen? Ich treff den einfach nicht. Ich guck nur mal den... Ist richtig, Alter. Es gibt Leute... Ja, wo ist sauber? Sehr schön, sehr schön. Nein! Von wo? Alter, wie ich die noch gemessert hab, Alter. Wartenlach. Sechste Aufklärungsdrohne. Die Aufklärungsdrohne ist online. Alter, wie viel hat der denn eben ausgehalten? Das geht doch gar nicht. Oh, Anni hat Vorräte. Ja, aber die Klange... Kann man sich gleich an, Alter. Ah, ich konnte ihn auch nicht killen. Die waren zu zweit. Scheiße, die holen sich das jetzt. Die ficken uns jetzt damit. Sind nämlich hier... Hier eine Runde Hubschrauber für alle. Wir sind in Führung. Wer kriegt der Gegner, oder? Ein Kriecher-Tiefklinger im Anflug. Juhu. Na, ein Glück ist die Runde zu Ende. Jetzt? Blaskill, Alter. Ja, und ich hab den jetzt Fisk gekriegt. Alter, Andi, wie ein Profi. Wie ein Profi macht er das. Ja, ja. Was, ein Hechtsprung, ne? Headshot ins Knie, Junge. Ich sag jetzt. Aber dreimal. Suka, suka, blieb, blieb. Ja, das war die Runde mit den sechs UAVs. Outpost, bitte. Ja, ich muss hier erstmal 100 Mal Enter drücken. Weißt du, was mich hat.